Alles beginnt mit einem Traum und wird zu einer Idee, die einen nicht loslässt. Schritt für Schritt entsteht sie auf dem Papier und wird Realität. Wir hatten hier also auch unsere Pläne, wie das hier auf kleinstem Raum zu realisieren sein sollte. Dass man sich auch wohlfühlt in den eigenen vier Wänden. Aber da wurde uns auch anhand der Architektur im Hause Stahl hervorragende Lösungen vorgestellt und die wir jetzt auch verwirklicht haben. Uns selber wäre das, glaube ich, so nicht eingefallen, wie es jetzt realisiert worden ist. Bei der Firma Stahl kauft man nicht die Katze im Sack. Wenn man die Schlussabrechnung bekommt, ist das auch die Summe, die einem beim Angebot gemacht worden ist. Also rundherum sorgloses Bauen. Wer sorgenfrei bauen möchte, sollte sich zumindest mal mit der Firma Stahl in Verbindung setzen. Du hast die Wahl. Bau mit Stahl.